Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben, doch will nicht, dass du gehst. Du schreist mich hin und ich geb dir die Schuld und der Nachbar von oben wird 110. Mann, wenn wir uns doch lieben, warum tut es so weh? Die Story hinter 110 ist so, dass Samra, Kapi und ich teilweise mit dem gleichen Produzenten arbeiten. Und Samra und Kapi haben unseren Produzenten erzählt, dass sie meine Mucke irgendwie feiern und dass sie voll gerne ein Feature mit mir auf deren neuen Album haben würden. Und dann haben wir zusammen 110 geschrieben und ich bin mega, mega gespannt, wie ihr es da draußen finden werdet. Du sagst, es ist vorbei und dann tut's dir schon leid, immer wieder der gleiche Scheiß. Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben, doch will nicht, dass du gehst. Du schreist mich hin und ich geb dir die Schuld und der Nachbar von oben wird 110. Wenn wir uns doch lieben, warum tut es so weh? Ich vermiss, wie wir waren, eben waren wir noch da und du lagst in meinem Arm. Was haben wir getan? Wir kommen nicht mehr klar, warum ist es so hart? Wir kommen jetzt hier zum Abendessen. Ich will, bis zum Abend ein. Ich bin total your parce in einem Teil der Rot Sith. Und ich bin glücklich vor demmoiern, opportunitynig. Wenn wir uns nie Methoden reden konnten.